Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Sonic Speed Simulator Update. Denn es soll einen neuen mechanischen Tails-Skin geben und den will ich sehen. Oder Mechaniker-Tails, ist das der Skin? Hilfe, ich habe M verloren. Tools. Find 500 Wrenches. Okay, danke schön, dass du irgendwie Sprache wechselst. Also ich muss Tools sammeln für Tails. Und ich bin dann gespannt, wo ich diese Tools finden soll. Weil wenn es 500 sind, und es sind scheinbar nur 500... Ah, dann weiß ich nicht so genau, ob mir das gefallen wird. Nächster Gratis-Spin verfügbar. Okay, ich muss mir jetzt erstmal einen Gratis-Spin gönnen. Und? Gratis-Spin? Gön! 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 Yeah, was ist das? 10 Sekunden. Keine Ahnung, was das für ein Boost ist. Ich gönne ihn mir auf jeden Fall. Und wo sind die Ranches? Oh, da... Es ist wirklich der Skin. Oh, ich bin so froh, dass man den Skin bekommt. Ich dachte, es ist Mechanical, aber es ist Mechanic Tails. Das finde ich geil. Auf den Skin freue ich mich. 1 Obby, easy. 1 Obby? Soll ich zur Obby 1 gehen? Okay, dann gehen wir da mal hin. Drück ist Sprung. Yeah! Haben die die Obby ein bisschen geändert? Die sieht auch anders aus, oder? So sah die Obby doch früher nicht aus, oder? Oh. So viel zum Thema easy. Ja, die Luftsteuerung hier ist halt wirklich kritisch. Weil, guck mal, man kann halt nicht wirklich abbremsen in der Luft. Das ist der kritische Punkt. Ey, als ob... Die erste Obby war aber schon immer die schwerste für mich. Ich habe schon immer versagt bei dieser Obby. Ich glaube, ich habe die nie in einem Run geschafft. So. Und hier steht endlich. Okay, endlich. 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 Nein! Was? Das habe ich gar nicht gedrückt. Okay. Gib mir endlich. Was muss ich hier machen? Wie oft muss ich denn hier rumspringen? Okay, egal. Erhalt ein Spin. 8 Sekunden. Okay. Also, um einen neuen Spin zu bekommen, kriege ich die Obby in 8 Sekunden. Und hier kann ich dann Tools... Ach so! Okay, jetzt habe ich 10 Tools bekommen. Und wenn ich die Obby in 8 Sekunden schaffe, kriege ich noch einen Spin. Okay. Endlich. Das verstehe ich. Okay, dann macht das Sinn. Dann kriegt man die Tools in solchen... Ähm... In solchen Dings. Ihr wisst Bescheid. Ich versuche es einfach mal. Nein! Okay, das war versagt. Ich habe... Okay, ich habe es in 5 Sekunden geschafft. Das heißt, wenn ich jetzt wieder reingehe, dann habe ich wieder einen neuen Spin. Und so kann man dann seine Tools farmen. Und gucken wir aber nach, wo es... Oh Gott. Wo es noch so Tools gibt. Okay, ich muss nochmal hier durchrushen. Okay. Ach so, nein. Man muss hier rauf. Und das... Ah, das heißt Finish. Um die Obby zu finishen. Ich bin so ein Idiot. Okay. Dann machen wir noch einen Spin. Und gucken einfach mal. Und 25%ige Chance auf Dark Fate Tale. Will ich aber gar nicht. Ey... 15. Ach so, und die Sachen, die werden dann ersetzt. Ich weiß was anderes. By Spin. 99 Robux? Ne. Man muss ja nur in 8 Sekunden finishen. Man kann hier genauso gut einfach rausgehen. Reingehen. Ich habe es aber jetzt endlich verstanden. Gebt man rein. Ich bin einfach der lusteste... Nein! Sonic Speed Simulator Spieler, den es gibt. Ey, warum? Nein. Jetzt habe ich wieder zu spät gestartet. Aber... Gefinished in 5 Sekunden. Also kann ich... Ey! Ich habe es aber in 5 Sekunden gefinished. Gratis drehen. Ich wollte schon sagen. Hat nur ein bisschen gedauert. Okay. Jetzt gib mir nochmal. Und dann kann man halt alle Sachen hier abgrasen. Aber wenn man die dann abgegrast hat, dann ist es vorbei. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich dann wirklich jedes Rad durchdrehen. Und jetzt habe ich diesen Tell bekommen. Das will ich gar nicht. Wenn ich jetzt runterspringe, fängt es aber von vorne an, ne? Dann gehe ich hier runter. Und dann fängt der Counter von vorne an. Okay. Und dann kann man das die ganze Zeit machen. Und ich habe so ein Problem. Ich drücke mal zu früh Leertaste. Wisst ihr, in anderen Videospielen funktioniert das so. Deswegen. Ich habe es in 3,95 Sekunden geschafft. So. Gratis drehen. Und jetzt so ich noch einmal. Und... Nein, bitte nicht. Nein, bitte. Oh, warum? Okay. Wir gucken einfach mal in andere rein. Wir gucken erstmal, was die anderen Obbys so sagen. So. Hier ist die nächste Obby. Obby Nummer 2. War, glaube ich, einfacher. Weil hier musste man nur diesen machen. Na, als ob. Hä? Wie lang falle ich denn? Hä? Hä? Mensch, okay. Die Obby ist jetzt wieder zu schwer, weil ich zu schnell bin, oder was? Ja. Ja. Ich überdrehe es einfach. Ich muss wahrscheinlich meine Geschwindigkeit runterstellen, um hier mit mehr Präzision zu arbeiten. Oder ich schließe gleich einen Controller an. Weil Claudi hat mir ja gezeigt, dass das mit dem Controller sehr viel besser geht. Aber dass man hier so ausweichen muss, ist doch auch neu, oder? 9 Sekunden. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Na gut. Nochmal runter. So. Jetzt habe ich es in 7 Sekunden geschafft. Easy peasy. Und jetzt gib mir. Gratis drehen. Dankeschön. Gib. Aber können wir nicht einfach von einem dieser Glücksraddinger so 500 kriegen, please? Und 15. Wow. Naja. Ich habe jetzt 40 von 500. Kann man sich gönnen. Man kann es aber auch sein lassen, ne? Ich versuche es jetzt noch einmal. Also sie haben auf jeden Fall wieder eine neue Methode gefunden, um uns zum Hasseln zu bringen. Ich habe es in 5 Sekunden geschafft. Ich bin der King. 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 Okay. Weiter geht's. Gratis drehen. Jetzt gib mir aber was Geiles hier. Was Geiles will ich sehen. Und ich bitte nicht wieder das Gleiche. Ja. Nein. Ja. Okay. Wieder 15. Warum kriege ich mal nur 15? Ich will jetzt mal 50 haben. Oh. Jetzt bin ich rausgesprungen. Na gut. Dann gucken wir mal in Obby 3 rein. Die Geschenke sind übrigens immer noch da. Ach man kann hier auch so Wrenches aufsammeln. Die liegen ja auch noch rum. Dann gibt es ja richtig viele Möglichkeiten Wrenches zu bekommen, wenn die auch noch rumliegen. Hä? Dann ist das Update voll gut, wenn es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Das war ja immer mein Problem, dass man immer so beschränkt war. Aber wenn es dann auch noch die Möglichkeit gibt, dann bin ich damit sehr zufrieden. Man kriegt voll Ringe aus den Geschenken raus. Das ist auch geil. Dann kann ich diesen einfach machen und kriege jetzt Ringe. Nice. Also sind hier noch Wrenches, please? Wrenches, please? Es gibt es einfach so viel. Das Spiel ist so voll. Das gefällt mir, dass es so voll ist. Wir wollten zum nächsten Obby. Also gehen wir auch zum nächsten Obby. Obby Nummer 3. Auch wenn ich es rechtzeitig schaffe, bekomme ich es nicht. Du musst auf dieses Ding raufspringen. Also auf dieses Finish-Ding musst du raufspringen. Oder wo endlich steht. Oder musst du ein bisschen warten. Und dann kriegst du den nächsten Gratis-Spin. Okay. Aber warte. Das war die Obby, wo ich mich immer verlaufen habe. Wo ich nicht wusste, wo ich hin muss, ne? Okay. Die Obby muss ich erstmal auschecken, weil ich habe wieder vergessen, wo man hin muss. Der Long Jump hier war, glaube ich, gar nicht gedacht. Hä? Ich dachte, man kann da rauf. Spiel mal einen Simulator. Das ist ein Simulator. Kann man hier rauf? Hier rauf? Egal, wo ich hin muss. Ich habe jetzt schon wieder zu lange gebraucht. Die Obby schaffe ich safe nicht in der Zeit. Okay. Ich habe es in 18 Sekunden geschafft. Und ich brauche 23. Ich habe es in der Zeit geschafft. Alles klar. Okay. Und hier kann man 150 Wrenches bekommen. Gib mir. Gib mir die 150, please. Und 30. Auch gut. Machen wir noch einmal. Komm. Einmal noch. Hallo? Hallo, please. Danke. Ah, jetzt bin ich wieder runter. Ich bin jetzt wieder stehen geblieben. Ich muss mal direkt losrennen. Das mag ich nicht, dass ich direkt losrennen muss. Nein, ich hänge fest. So. Und dann so. Und dann haben wir es in 17 Sekunden geschafft. Easy. Gratis drehen. So. Gib mir 150. Bitte. Nur einmal 150. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin hier. Das ist ja voll geil. Na, schon wieder. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man die schlechten, die guten Sachen zieht, ist halt echt niedrig. Egal. Einmal noch. Und please. Gib mir. Endlich. Finish. 15 Sekunden. Nein, ich will nicht kaufen. Ich will gratis. Gib mir gratis. Danke. Danke. So. 40. Ist in Ordnung. So, wie viel habe ich? Ich habe jetzt 149. Ja, 500 könnte dann noch eine Weile dauern. Und es ist Nacht geworden. Oh, Feuerwerk und so. Stimmt, wir könnten ja mal hoch zu der Obby. Bei Feuerwerkfestival-Obby habe ich mir ja noch gar nicht gegönnt. Können wir mal hochgehen, ne? Einmal angucken, weil seitdem habe ich ja gar nicht mehr gespielt. Okay. Ab. 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 Gönn mir. Ich habe so viel nicht gefarmt. Ah, nein. Nein! Als ob. Ich bin so ein Idiot. Ich bin einfach runter. Lass mich hoch. Nein! Das war es mit mir, Leute. Alter, es ist vorbei. Ah, ich bin gelandet. Ich würde es nochmal machen. Ich habe die Obby nie gespielt. Jetzt will ich sie mal spielen. Okay. Alter, das ist mein größtes Problem in diesem Spiel. Das ist wirklich mit Abstand mein größtes Problem in diesem Spiel. Dass ich immer die Leertaste drücke, bevor ich den Boden berührt habe. Und dann macht er anstatt zu springen, halt diesen Dash. Ich finde, der Dash sollte auf eine andere Taste gepackt werden. Kann man eigentlich die Steuerung ändern? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Dash einfach auf Shift packen oder so. Hier. Wenn Dash auf Shift gepackt wäre, dann könnte man das auch so spielen wie andere Jump'n'Runs. Und dann wäre es einfacher. Weil in anderen Spielen, da drückt man halt im Vorfeld schon die Leertaste, um sich darauf vorzubereiten. Da ist es auch so, dass man eigentlich erst springt, wenn man die Leertaste losgelassen hat. Okay. Ah! Okay. Das ist so schlimm, wenn ich so schnell bin. Ich glaube, ich muss meinen Speed einfach runterstellen. Ah! Hier wäre ich beinahe abgerutscht. Schaffe ich das? Ich hoffe, ich schaffe das. Mache ich hier ein Looping? Nein. Sag mir nicht, ich schaffe das nicht. Okay, ich schaffe das nicht. Ah! Oh Gott, ich wäre beinahe runtergefallen. Als ich bin runter... Ich bin doch nicht runtergefallen. Okay. Okay. Dann mache ich nochmal mit Anlauf. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wurde die zwei geskippt? Bin ich blöd? Okay. Es hat nicht funktioniert. Alles klar. Das hat keine Hitbox, Leute. Das hat keine Hitbox. Ah! Neuer Versuch. Und diesmal Einstellungen, maximale Geschwindigkeit. 30 Prozent. Damit man es auch schaffen kann. Von der Steuerung her. Wobei, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu langsam sogar. Oder? Ich fühle mich ein bisschen langsam an. Ich hoffe, ich schaffe das dann. Ja. Okay. 30 Prozent ist zu langsam, Leute. Das wusste ich doch. Das wusste ich doch. Beim nächsten Mal machen wir 40. Okay. Wir lassen es erst mal sein. Gucken wir einfach, wo noch ein paar Wrenches sind. Ach, hier sind auch direkt die Dinger zu den Obbys. Ich gehe nochmal zu Obby 3. Obwohl, Obby 3 schaffe ich gar nicht mit so wenig Geschwindigkeit, oder? Wenn wir den richtigen Weg gehen, für den es auch vorgesehen ist vielleicht. Wenn die Kamera aus dem Weg fliegt, dann natürlich nicht. So. Nein! Oh Gott. Ja, ich muss nochmal runterfallen. Ich schaffe das nicht. Sorry. Obby 3 ist mir zu schwer, Leute. Zurück. Zurück. Schaffe ich nicht. Ich gebe auf. Wir versuchen es nochmal mit Obby 1. Oder 2. Oh, das ist eine Wrench. Wie schön. Aber man hat so viel mehr Kontrolle, wenn ich das... Komm, ich versuche es jetzt noch einmal. Wir machen jetzt nochmal die Obby. Ich werde aber am Ende der Obby auch 50 Millionen Wrenches sehen. Damit ich den Skin sofort freigeschaltet habe. Okay. Äh, nein! Wie bin ich da durch? Oh. Tschüss! Na gut, dann würde ich sagen, war es das. Ich glaube, das Update werde ich privat weiterspielen. Weil Victor möchte mich wahrscheinlich noch und ich will ja noch die Fische sammeln. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Es gab eine Phase, wo ich die Sonic Speed Simulator Updates blöd fand, weil man zu viel farmen musste. Hier muss man auf jeden Fall auch wieder ziemlich viel farmen bei diesem Update. Aber es hält sich immer noch im Maßen, weil es ist halt nicht immer das Gleiche. Man kann jetzt viele verschiedene Dinge machen. Und diese Variationen, die finde ich cool. Hier ist noch eine Wrench, die nehme ich mit. Der Unterbau wird bald zurück sein. Ich bin gespannt, wann der endlich zurück ist. Und wann diese Wrench eingesammelt wird. Und diese Wrench eingesammelt wird. Aber das war es dann jetzt. Mit Sonic Speed Simulator. Wie ich in die Rakete reingekommen bin, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich das letzte Update gespielt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Eins. Warte, da war da eine Wrench. Da war eine Wrench. Ah. Ist auch schön, wenn man die hier sammelt. Hier ist noch eine. Schön, dass die auch so ein bisschen funkeln. Das Video jetzt mal beenden. Das war es. Lasst ein Like da, ein Abo da. Bis dann und ciao.